Der Dell UltraSharp U4025QW ist jetzt schon einer der interessantesten Office-Monitore des Jahres. Denn erstmalig vereint ein Hersteller eine 5K-Auflösung und eine 120Hz Bildwiederholrate. Was das Gerät alles kann und was man vor dem Kauf wissen muss, das verraten wir im Video. Die 40 Zoll Diagonale des Dell-Monitors ist weniger für kleine Schreibtische. Aber wer den Platz hat, der hat wirklich viel Platz zum Arbeiten. Und der Monitor ist auch super schnell aufgebaut, ein paar Klicks und das Gerät steht. Und obwohl das wirklich ein Riesenteil ist auf dem Schreibtisch, wirkt er nicht klobig. Das liegt vor allem an dem sehr dünnen Rand und den staucht der Hersteller mit 2500R. Die Krümmung bedeutet, dass der Bildschirm einen Biegeradius von 2,5 Metern hat. Oder anders formuliert, wenn man jetzt ganz viele Dell-Monitore nebeneinander stellen würde, dann hätte der Kreis, der sich am Ende bildet, einen Radius von 2,50 Meter. Normalerweise findet man so ein Curved-Display hauptsächlich bei Gaming-Monitoren. Aber beim Dell, der ja ein Office-Monitor ist, macht es schon Sinn, weil er so groß ist, dass es dann ganz angenehm ist, wenn man eben etwas weniger Platz hin zu den Bildrändern hat und so nicht großartig den Kopf verrenken muss, um auch die Inhalte an den Bildschirmrändern gut zu erkennen. Ebenfalls top sind die Ergonomie-Optionen des Dell U4025QW. Der Monitor lässt sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen. Eins der Highlights des Dell-Monitors ist natürlich die Bildqualität, die Schärfe, die Auflösung. Die beträgt nämlich satte 5120x2160 Pixel, also astreines 5K und das sorgt für eine herrlich scharfe Bildwiedergabe. Diese 5K-Auflösung kommt zustande, indem der Hersteller eine 4K-Auflösung nimmt, also 3840x2160 Pixel und dann noch 1280 Pixel in der Breite dransetzt und das führt auch zu einem Ultra-Wide-Seitenformat, nämlich 21 zu 9. Klassisch kennt man ja das 16 zu 9 Format, in dem auch viele Filme und Spiele laufen und so hat man einfach noch mehr Platz in der Breite. Super eignet sich das Gerät deshalb auch für Videoschnitt mit schön breiter Zeitleiste. Dazu kommt, dass man zum Beispiel im Premiere oder ähnlichen Schnittprogrammen auch das Vorschaubild quasi als 27 Zoll 4K-Version vor sich hat, also in voller Auflösung und dann nicht mit schlechterer Qualität vorlieb nehmen muss. Der Dell-Monitor hat auch eine super Farbwiedergabe, er kommt nämlich kalibriert ab Werk, das heißt, da muss man auch gar nicht mehr viel rumstellen oder rummachen, das Ding ist schon out of the box echt super und wir haben im Labor gemessen eine Farbraumabdeckung im sRGB-Bereich von 99,7%, also fast eine 100%ige Abdeckung des sRGB-Farbraums und im für filmerwichtigen DCI-P3-Farbraum, da erreicht er immerhin 92,1%. Die Farbtreue des Dell ist auch sehr hoch mit 96,7% und das sorgt vor allem in Filmen und bei Serien für schön natürliche Hauttöne. Im Test besonders positiv ist uns die hohe Maximalhelligkeit des Monitors aufgefallen. Hier haben wir im Labor 619 Candela pro Quadratmeter gemessen, das ist sehr hell für einen Monitor mit einem normalen LED-Backlight, wie es hier im Dell steckt und das sorgt selbst im heller leuchteten Großraumbüro stets dafür, dass man alles gut sehen kann. Bei der Helligkeit ist wichtig zu wissen, um wirklich die 619 Nits zu erhalten, muss man vorher im Monitor-Menü eine der HDR-Optionen aktivieren und dasselbe gilt auch für den Kontrast, der ist jetzt mit 1179 zu 1 nicht super hoch. Zum Arbeiten reicht es, allerdings ist es so, dass für HDR-Arbeiten ist er dann doch nicht gut genug und wer viel mit HDR-Content rumhantiert, der sollte vielleicht dann doch zu einem anderen Gerät greifen. Das absolute Herausstellungsmerkmal des Dell U4025QW ist aber weder die Auflösung noch die Größe, sondern die Bildwiederholrate von 120 Hertz. Denn erstmals vereint ein Hersteller ein ultra hochauflösendes Panel mit 4 oder 5K, hier haben wir 5K, und diese hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das ist eine absolute Weltneuheit und wir haben wirklich lange darauf gewartet und Dell macht jetzt hier den ersten Aufschlag. Und wir waren in der Redaktion ganz aus dem Häuschen, dass es endlich soweit ist. Wie lange haben wir darauf gewartet und jetzt ist es soweit. Und das gab es eigentlich bisher nur bei Gaming-Monitoren, weil Gamer eben natürlich von einer hohen Bildwiederholfrequenz profitieren. Was heißt 120 Hertz? 120 Hertz heißt, der Monitor aktualisiert das Bild 120 Mal pro Sekunde. Und bei Spielen sorgt das zum Beispiel dafür, dass Gegner früher auf der Bildfläche erscheinen. Man kann also schneller reagieren und hat dann einen spielentscheidenden Vorteil. Im Desktop-Betrieb ist es so, dass die 120 Hertz einfach dafür sorgen, dass man eine butterweiche Mausbewegung hat, was sich vor allem deshalb richtig gut anfühlt, wenn man so eine unglaubliche Diagonale von 101 Zentimetern hat, wie wir sie beim Dell haben. Und wer einmal mit 100 Hertz gearbeitet hat oder mit 120 Hertz und danach sich an ein 60 Hertz Gerät setzt, für den erscheint es fast wie eine Diashow. Neben den butterweichen Mausbewegungen, die eine wahre Freude sind beim Arbeiten, zeichnet sich die hohe Bildwiederholrate auch dadurch aus, dass man beispielsweise beim Scrollen durch Webseiten, egal wie schnell man den Balken rechts zieht und sich die Bilder oder Texte ändern, man hat stets einen gestochen scharfen Bildeindruck von dem, was da auf dem Monitor passiert. Und verglichen mit 60 Hertz, man kennt es auch von alten Handys, wenn man da ein bisschen schneller wischt, verschwimmt alles in einem Konturmatsch und Unschärfebrei und das hat man hier gar nicht, der ist wirklich on point und das muss man einfach einmal selbst erlebt haben. Was könnte einen dann noch davon abhalten, diesen Monitor zu kaufen? Zum einen der Preis von 1600 Euro, es gibt einen vergleichbaren 40 Ziller von LG, den verlinken wir hier unten auch und der kostet 300 Euro weniger, der hat aber nur 60 Hertz. Der Aufpreis lohnt sich zum Dell, auf jeden Fall, allerdings braucht man extrem potente Hardware. Zum einen eignet sich der Dell natürlich auch zum Zocken, weil er hat 120 Hertz, das heißt, er ist einfach fürs Gaming prädestiniert, um natürlich diese 120 Hertz in diesen 5K darzustellen und mit entsprechend vielen Bildern zu füttern, braucht man natürlich eine starke Grafikkarte, das heißt, hier empfiehlt sich eine RTX 4080 Super oder höher, aber auch wer den Dell nur im Desktopbetrieb betreibt, zum Arbeiten nutzt, auch der braucht starke Hardware. Wir haben hier Apple Notebooks dran gehangen im Test und hier haben wir tatsächlich nur das M3 Pro dazu bekommen, die 120 Hertz in 5K anzuzeigen. Die aktuelle M3R Serie hat nicht funktioniert, die hat bei 60 Hertz abgeriegelt und auch ein M1 Pro hat nicht gereicht. Ein M2 Pro hatten wir leider nicht am Start, deswegen, wer Erfahrung mit einem M2 Pro Prozessor hat, der kann das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten empfehlen wir zumindest ein starkes Windows Notebook. Wichtig ist hier, das muss nicht das Aktuellste sein, hier hat Windows wirklich die Nase vorn verglichen mit Apple Peripherie, aber es muss schon eine externe Grafikkarte sein, halbwegs aktuell. Auch bei den Anschlüssen bricht der Dell Monitor jegliche Rekorde. Er bietet ganze 5 USB-C Anschlüsse, davon 2 mit Thunderbolt 4 Funktion und das heißt, dass der Monitor nicht nur Bild und Ton angeschlossener Notebooks darstellt, sondern diese auch gleichzeitig mit bis zu 140 Watt mit Strom versorgt. Weiterer Vorteil der Thunderbolt 4 Technik ist, dass der Monitor sich per Daisy Chain mit einem weiteren Monitor verbinden lässt und dazu schließt man sein Notebook per Thunderbolt 4 Kabel an den Dell und man hängt ein weiteres Thunderbolt 4 Kabel vom Dell am zweiten USB-C Thunderbolt 4 Port und verbindet es mit einem USB-C oder Thunderbolt 4 Port an einem weiteren Monitor und spart sich so einfach Kabelsalat und hat ein sehr cleanes Setup auf dem Tisch. Eine weitere Besonderheit des Monitors ist die Tatsache, dass er eine LAN-Buchse besitzt und da mag man sich denken, warum hat der Monitor eine LAN-Buchse? Ist ja kein Smart-TV oder sonstiges. Aber wer jetzt zum Beispiel ein Apple Notebook hat, das oftmals keine LAN-Buchse mehr hat und zum Beispiel das WLAN schlecht ist im Büro, der kann einfach das LAN-Kabel legen, es in den Monitor einstöpseln und hat dann über Thunderbolt 4, das auch Netzwerksignale durchschleust, eben kabelgebundenes Internet auf seinem Laptop. Wer jetzt zum Beispiel sein Gaming-Notebook anschließt oder seinen Gaming-Rechner und da kein USB-C hat, der kann aufatmen, denn der Dell hat auch einmal HDMI 2.1 und einmal Displayport in der aktuellen Version, so dass hier auch über beide Schnittstellen die vollen 120 Hz bei 5K möglich sind. Was sehr oft stiefmütterlich behandelt wird bei Monitoren, sind die Lautsprecher. Wenn sie überhaupt dabei sind, sind sie meistens grottenschlecht und blechern. Anders hier der Dell, der hier wirklich einen ausgewogenen Klang und eine klare Stimmwiedergabe liefert. Der Dell Ultrascharpe U4025QW ist einer der besten Monitore überhaupt. Erstmals vereint ein Hersteller eine 5K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate in einem Arbeitsmonitor. Das sorgt einfach für herrlich flüssiges und ultrascharfes Arbeiten. Zudem bietet der Monitor klasse Farben, hat eine hohe Helligkeit. Einzig der Kontrast ist nicht so toll, aber wer nicht hauptsächlich mit HDR-Inhalten arbeitet, der kann da wirklich zugreifen. Ja, die 1600 Euro sind nicht ganz preiswert, aber man bekommt mit dem Monitor momentan wirklich das beste Gerät für den Office-Einsatz, für die höchsten Ansprüche, das es momentan zu kaufen gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017